sehr gerne mehr und willkommen zurück am stück by control das war ein gehirn ja gut war es kann man jetzt dahin ah ja guck mal interessant wo geht es hier hin wir haben auf jeden fall noch nicht aber hier ist hier starling einige von ihnen fragen sich warum ich diese tanks zum reizabschirmung aufstellen ließ ich dachte ich sorge für ein wenig klarheit in der gelegenheit einige von ihnen haben bestimmt von einem doktor joshimi toku gehört toku gehört dem mann hinter der den immens populären geführten bilderlebnis bändern offenbar gehen seine bänder über die üblichen mediativen qualitäten als solcher sachen hinaus sie erzeugen echte hell zu einer halluzinatorische vision bei einigen zuhörern so heißt es zumindest in den berichten wir haben diese tanks beschafft um dr toku ist bänder persönlich zu testen darüber hinaus kann es auch irgendwann zu stress reduzierten anwendungen für die mitarbeiter kommen ich denke sie alle könnten von ein wenig zeit in einem dunklen einklösser raum profitieren denken sie nicht wenn sie noch mehr fragen haben dann besuchen sie mich gern in meinem büro sie wissen ja wo es ist wir müssen jetzt mal zur parapsychologie wollte ich mir eigentlich nicht hä ok höh doch da geht es da lang dafür sind wir einen aufzug wir gehen mal zurück interessant hier alles überall stühle ich bin die sachen so halb nur slap ist das nee das ist ein aufzug äh hi ich sehe es noch ein objekt sie stehen los da völlig davon gepannt ah was zum drücken nö da ist noch was eine kiste man muss kurz das objekt er macht und dann sind wir schon wieder weg drücken wir mal das knöpfli ach so ach so Okay. 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 Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich da durchcrouchen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, da kann man nicht hin. Die Tür geht da nicht auf. Wo bleiben kann man auch nicht? Hmm. Da ist zwar eine Tür, da kann man nicht durch. Die ist mit Bauch schon wieder zugeschüttet. Nochmal. Das ist nicht schön. Ganz komisch. Gut. Wenn es jetzt so ist, ob wir da hin kommen, dann kommen wir halt da hin. Wir müssen erstmal zu dem Aufzug. Wir müssen hoch, drüber und dann zu Parapsylio gehen. Das klappt doch mal später echt hin. Jetzt wird zwar mal Tab rückt, dann hängt es mal kurz. Das ist super fett. Sorry, die Grafik hat er auf dem Anschlag des Dooms. In deinem Grunde rechts. In deinem Grunde rechts. Darunter. Okay. Nix ist ein Aufzug. Ja. Warte mal. Wir sind doch vorhin durch, oder? Nein, ja. Mal da lang gehen. Ja, da waren wir vorhin. Okay. Dann war es vorhin noch gesperrt. Gut. Dann haben wir es jetzt freigeschaltet. Okay. Verstehe. Hat die gerade geschickt. Hat die gerade geschickt. Warten Sie. Ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Mehr von euch? Ernsthaft? Danke. Habe ich das gut gemeistert oder habe ich gut gemeistert? Meine Fresse, du. Ich glaube, ich habe es gut gemeistert. Ich nehme den Müll einfach mit. Meins. Wie, ich kann den Müll aber nicht mitnehmen? Ne, 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 ne. Wer geht jetzt da rein? Aha, Alpha Wand. So sieht es hier also aus. Ich kann meinen Müll aber nicht mitnehmen mit Rassismus. Mhm. Verstehe ich schon. Aufzugskräfte. Oh, schwöre Schmerzen. Geh nicht. Ich mache es nicht so aus, dass ich es in fünf Jahren. Ich will ihn gerade abknallen. Willkommen in der Gruppe, ma'am. Marshall ist gleich da hinten. Nichts da. Ich muss mir jetzt mal umgucken. Erstmal aufs Klo. Aha. Aha. Okay. Was ist hier los? Auf dem Klopapier. Mhm. Mhm. Wo ist das für mich zu uns mit? Ah. Remember to wash your hands. Yep. Ich sag's mal. MännerwC. Mhm. Heile. Penne auf dem Fußboden. Penne auf dem Fußboden. Was ist das? Klo, wir müssen die Akte durchsuchen. Das hat man doch. Hä? Das Objekt soll in abgrenzten Raum aufgebaut werden, wenn es entbunden wird. Ein Pferd herkommt. Ja. Hä? Das hat er mal doch. Ganz komisch. Was will das hier jetzt? Ausrüstung. Ach so. Exklusiv für Stich. Äh. Schaden bei Zielen. Oh. Nice. Kann ich den Bs mitnehmen? Oh. 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 Wie nennst du mich? Meine Fresse, du. Ach, hier war der Oppe und ich hab mir den Arsch schon frei. Wisst ihr noch, da haben wir rumgeballert, ne? Da drüben liegt der Shit. Und die hätten von hier oben, da drüben. Ihr Wichser. Lasst mich hier einfach allein. Ich rasch da aus. Griff aufwerten. Keine Mane an hat. Okay. Ach, die Winkelkatze da. Was ist mit dem los? Ist der müde? Der auch? Ah ja. Hallo. Warte mal schon wieder angucken. Warte. 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 Das Wort, das dies beschreibt, ist... Na, nicht so wirklich. Ich glaub, die sind alle ein bisschen fertig, hab ich das Gefühl. Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Wie meinten die? Nö, 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 machen wir's doch richtig rum. Nö, mit da rein. Naja, gut, dann red mal mit der Dame mal. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jessie. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zwischen vertreiben. Ich bin Ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zwischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Was war mit der Mission von den alten Herren? Okay. Okay. Warum das denn? Okay. Kennst du den komischen Spiegel den Gang runter? Keine Sorge. Wie ich mir da rein will? Dann ist da nichts damit. Ich gucke schon mal alle ruhige da nach. Hier ist Schnee. Na doch. Da wird mal ein Bus. Da explodieren Sachen. Da drüben sind Ranger. Wir müssen Ihnen helfen. Nachladen? Ich decke dich. Oh! 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 Wie geil ist sie? Holy shit. Oh! 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 Da kommt's Feuer! Dort jetzt! Wo ist die scheiß Kuh hier, Alter? Schalte aus! Vorrücken! Was ist die scheiß Kugel hin? Wir machen das! Ähm, achso, okay, ging grad nett. Hört. Okay. Habe ich die Bühne kaputt gemacht? Warte, haben wir das mitbekommen? Noooooooooooooooooooooooo Ow! Wow! Oh Gott, verschwinden. Ich habe ein bisschen Energie, wenn es geht. Der Typ hat mir gerade ein bisschen was abgezogen. Usala! Oh! Run, run, run. Oh! Run, run, run. Oh! Oh! Ja, nochmal nach. Das dauert ja ewig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will jetzt sterben. Oh Gott! Wieder keine Energie. Echt Scheiße manchmal. Oh Gott. Was ist der Typ? Ja, ich weiß, was ich damit. Ja, komm da. Oh Gott. Piss dich, Mann! Jesus! Das war jetzt gerade ein Fight. Ein paar Mal kurz vorm Code. Oh Gott. Ey, ich fahr zu fahren, der Bläsler wird grafisch. Los! Dicke! Ja! Jo! Alles gut hier? Haben wir alles eingesammelt? Ne, hat keiner überlebt. Oh, da ist, oh, da ist die Nase aber ganz bös durch. Du, guck dir die mal an, du. Oh, dem hat's da das richtiges Gesicht verschoben. Ai, 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 ai. Okay, gut, das ist ja genau. Danke fürs Zuschauen und mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge bei Control. Und auf Wiedersehen. Tschüss!